Yo Leute, hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Das ist das erste Video in der Minecraft Stuff Reihe und somit darf ich euch ganz herzlich begrüßen. Und jetzt fangen wir am besten gleich mal an. Und zwar werdet ihr in diesem Video sehen, wie man ganz easy seine ganz normalen Minecraft Welten in ein Render Format konvertieren kann mit einem ganz tollen Programm, das nennt sich Mineways. Link dazu ist in der Beschreibung. Ähm, so, also, da entpackt ihr diese ZIP-Datei mit 7zip oder mit WinRAR. Ähm, einfach Extract to Mineways slash. So, und jetzt findet man hier drin folgende Dateien. Also hier, ähm, ist dieses Mineways.exe und das, da kann man jetzt eine Welt öffnen. Oh, ich hab Windows 8, deswegen gibt's da ein paar Errors, aber es funktioniert trotzdem. So, jetzt geht ihr unter File auf Open World. Und ich öffne jetzt einfach mal meine Let's Play Welt. So, hier ist die Let's Play Welt geöffnet. Und hier ist mein Haus. So, ihr könnt jetzt mit Rechtsklick, könnt ihr jetzt hier ein Gebiet auswählen. Ähm, und jetzt gibt er, jetzt informiert er hier so ein paar Sachen. Ähm, einfach Ja drücken. So, jetzt kann man hier die maximale Höhe und, äh, die tiefste Tiefe einstellen. Das kann man erst mal so lassen. Und jetzt, äh, gibt's noch ein paar Extra-Funktionen. Also, erst mal kann man hier ein Terrain-File auswählen. Äh, da muss man leider zu sagen, dass das alte Minecraft-Versionen sind. Und ich zoome gerade mal ran. Also, hier sieht man jetzt verschiedenste Texturen-Pakete. Ich nehme jetzt mal, ähm, das LB-Photorealism. So, und wenn wir jetzt auf, äh, File und Export for Rendering gehen. Und ich mache das jetzt einfach mal alles auf dem Desktop. Ähm, und mache einen neuen Ordner dafür, denn da kommen jetzt auch andere Dateien rein. Ähm, also einfach mal Welt. Capflog aus am besten. Welt, so. Und jetzt müsst ihr hier den Namen vom OVJ-File auswählen. Äh, Render. So, jetzt speichert das das. Äh, hier kann man ganz viele schöne Sachen einstellen. Zum Beispiel, äh, ob das ein, äh, G3D-Material ist oder individuelle Blöcke und so weiter und so fort. Ähm, und, äh, man kann das auch in ein ZIP-File machen. Man kann die Größe verändern. Aber das brauchen wir jetzt erstmal gar nicht. Wir drücken OK und jetzt hat das, äh, auf den Desktop exportiert in diesem Ordner. So, hier findet man jetzt, ich öffne das gerade mal. Äh, hier sieht man jetzt einige Dateien. Und das ist alles wunderbar HD. Ähm, und es gibt noch ein paar weitere Funktionen. Ähm, in diesem Mineways-Ordner zum Beispiel kann man auch Texturenpakete auswählen. Hier ist ein Blocks-Ordner und da, ähm, müsst ihr einfach nur, ähm, die Bilder hineinziehen. Äh, aus dem Texturenpaket. Ich mach das gerade mal. Ähm, Benutzer, bla, 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 bla. So, hier sind jetzt die Resource-Packs. Und ich nehme gerade mal, ähm, Flows-HD, weil es gerade hier drin ist. Und jetzt geht ihr auf Textures und auf Blocks. Und jetzt könnt ihr die alle kopieren. Ähm, und einfach in diesen, ähm, kopieren. In diesen Blocks-Ordner reinmachen. Ähm, und jetzt müsst ihr hier, wenn das fertig kopiert hat, ähm, geht ihr auf diesen Tilemaker.exe. So, und der legt jetzt fest, ähm, dass es mit den Texturen von diesem Texturenpaket ist. Also, was machen wir? Wir gehen jetzt, äh, wir schließen das jetzt und öffnen das nochmal, damit es die Texturenpakete übernimmt. Und machen jetzt dasselbe wie eben gerade. Ich nehme die Let's Play-Welt, wähle hier ein Gebiet aus. Jo. Und exportiere das für Rendering. Das wähle ich einfach aus. Überschreibe das. Und jetzt gucken wir uns das doch mal an. Also, ich habe hier schon Blender geöffnet. Das geht natürlich auch mit 3ds Max oder ähnlichen Programmen. Ähm, und jetzt gehe ich hier auf Import, Wavefront, OBJ, auf Desktop. Hier ist mein Weltordner und einfach das hier auswählen. So, jetzt sind wir in der Render-Ansicht und guckt mal hier. Hier sieht man jetzt, äh, diese Schlucht. Das ist alles ganz wunderbar und noch wunderbarer ist, äh, wenn ich jetzt die Kamera mal, ähm, sagen wir auf, ich gehe mal in den, in diese Sicht hier. So, und wenn ich das jetzt rendere, dann, guck mal, dann hat das die Texturen von diesem LB-Fotorealism. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen schärfer haben will und, ähm, diese Grassachen weg, dann muss man, äh, soweit ich weiß, einfach die Texturen bearbeiten. Beziehungsweise muss man dann ganz mühsam hier auf diese Grasteile gehen und, ähm, im Texturen-Modus, äh, muss man dann das alles anpassen. Ja, siehste, denn das Gras ist noch nicht mal als Textur darauf zu sehen. Äh, deswegen müsst ihr da dann euch eigene Blöcke machen. Beziehungsweise da gibt es auch, ne, doch, hier ist es so. Und dann müsst ihr das halt, ähm, alles so da dran ziehen. Okay, das war's jetzt erst einmal von mir. Achso, ne, eine Sache gibt's noch. Wenn ihr das, äh, schön scharf haben wollt, dann müsst ihr hier auf die Erde zum Beispiel gehen. Und, ähm, dann wählt ihr bei den Texturen unter Image-Sampling diese beiden, äh, Häkchen ab und geht hier auf, beim Filter auf Area. So, und wenn ich das jetzt rendere, sieht man, ähm, dass das hier jetzt so wie im Texturen-Paket aussieht. Und dass die Pixel einfach nur kopiert werden, wenn es größer ist als das Bild selber. So, jetzt war's das aber wirklich von mir und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!